Musik Musik Für uns ganz wichtig, an diesem Ort spüren wir natürlich die Veränderungen im Klimawandel besonders. Wir haben deutschlandweit 1,4 Grad, der Anpassungsdruck hier oben 2 Grad. Wenn wir zurückschauen, eben in das Jahr 1930, als der Hotelbetrieb war, hätten wir hier einen Gletscher gehabt und Schneebetrieb, der um zwei Drittel geschmolzen ist. Das zeigt auch die Herausforderungen, die vor uns liegen und deshalb auch alle Anstrengungen dorthin. Musik Unsere Forschungsstation Schneefernerhaus ist das Klimathermometer in Europa und in der internationalen Zusammenarbeit sind wir hier gut aufgestellt. Das bedeutet aber auch, dass wir die richtigen Schlüsse in die richtige Umsetzung bringen müssen. Wir werden mit dem Klimaschutzgesetz adaptiert, hier mit Maßnahmen begleiten, die aus der Forschung stammen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020